so 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 man was suchen ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es war mir irgendwie klar, dass das nur ein Hologramm ist. Ja, das ist ein weiblicher Saiyajin. Das hab ich mir gemacht. Hallo Chrissy. Das ist eine Spalte in der Zeit. Ja. Ist nicht Garlic Junior in sowas ähnlichem auch eingesperrt? Also in was ähnlichem? Oh mein Gott. Boah, ich bin froh, dass ich das hinter mir hab, Alter. Die letzte halbe Stunde war echt ein Krampf. Also, boah, ich empfehle den Part, der ungefähr in zwei Wochen kommt. Mit den ganzen Margin Boosts. Krank. Einfach nur Stress pur. Ah. So. Ich muss mir irgendwas jetzt dadurch verdient haben. Komm. Teenagers von Gordon. Ja, der will eine Quest mir geben, ja. Ich müsste mir jetzt echt mal die Quest alle mal einsammeln, mal ein bisschen stärker werden. Ach. Ja, ein weiblicher Super Saiyajin. Das bin ich auch schon. Ich kann auch schon den weiblichen Super Saiyajin 2 haben. Wenn ich möchte. Erstmal einkaufen. Hallo Christina. Und Ronald McDonald sitzt da auch wie immer. Hallo Tom. Ich will mir auch nur so einen Frieza-Fuzzi machen. Das ist bestimmt extrem cool. Ich weiß nicht, wie das generell geregelt ist mit den Frisuren. Zum Beispiel. Bei der Frisur ist das jetzt so, dass sie sich einfach nur Gold färben. Aber das ist auch extrem geil. Und der Super Saiyajin geht hier richtig ab. Also du kannst einfach mal so Ultra Finisher ohne Kosten einsetzen und sowas. Richtig krank. Was haben wir denn hier? Cat Destruction. Das ist irgendwie nichts Neues dazugekommen, was wirklich sehr interessant ist. Okay. Doch noch vielleicht ein neues Kostüm. Vielleicht ein cooles Kostüm. Hm. Kommt mal zu Gini. Kommt mal noch. Ich habe es schon. Na. Kleidung. Rinderteufel. Lutzlack. GT. Trunks. Kaido. Ja, 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 ja. Irgendwie auch nichts, oder? Okay. Dann Zeitquests. Ähm, im Anime gab es generell keine weiblichen Saiyajins wirklich. Also in der Bardock-Saga hat man mal ein paar gesehen. Ähm, aber richtig Saiyajins kamen, glaube ich, nur im Manga vor, weibliche. Zum Beispiel Son Gokus Mutter sieht man ja auch nur im Manga, in so einem Special Manga. Also sonst eigentlich nur Kerle als Saiyajins. Und halt Pan. Aber Pan ist ja auch nie zum Super Saiyajin geworden. Was ich schade finde. Und Bra halt. Bra ist ja auch noch so... Saiyajin. Was haben wir denn hier? Super Saiyajin 2. Ich könnte die freispielen. Aber ich weiß, was du Stress bedeutest. Was haben wir hier jetzt Neues? Wahrscheinlich noch nichts Neues. Kaikairo. Son Gorn. Schulkleidung. Son Gam. Irgendwo Zeit müssen wir sie nie. Großer Saiyajin in meinem Anzug. Oh, nein. Gerechtigkeitspersonen. Nein. Okay. Irgendwann müssen wir anfangen. Komm, wir machen einfach die Questlips nach der Reihe. Hier habe ich auch alle. Und total schlecht abgedingst. Ja, wie gesagt, Pan ist nie Super Saiyajin geworden. Ist genau wie Bra, die Tochter von Vegeta. Die ist auch nie Super Saiyajin geworden. Und sonst weibliche Saiyajins sind wirklich großartig nicht bekannt. Also es kann natürlich Filme geben, die ich noch nicht gesehen habe, wo es vielleicht passiert sein könnte. Aber sonst kenne ich eigentlich nur Fanarts. Und halt mein Chariot. Ich kriege das Ginyu-Kommando. Okay, los, ficken sie alle. So. Jeez, Guldo, dann wird Barta auch hier sein, oder? Ach, falsche Tasten-Kombination. Aber es trifft einfach mal, okay. Super Saiyajin. Die Sonnenbrille trage ich einfach nur, weil es cool ist. So, und stirb! Oh Gott, verdammt. Mach doch mal einer einen coolen Abgang durch so einen scheiß Fennischer. Tja. Zuerst mal wieder Energie aufladen. Jetzt habe ich vielleicht nichts mehr. So, wo bist du, Gs? Hier zieht sie doch schon ein bisschen mehr ab. Als die Sonnenbrille von dem Weltkampf-Ansager. Beste Sonnenbrille, Alter. Jeder, der die Sonnenbrille sieht, denkt sich einfach nur, aah, Tode, Verderben. Das heißt, ich muss gegen Riku und Barta gleichzeitig kämpfen. Könnte auch sehr lustig werden. Ach, meine Leute kriegen das schon hin. Oh nein. Komm, meine Leute kriegen das trotzdem hin. Dann mal ein bisschen Energie aufladen. Ey, komm Leute, das ist nur Gs. Das hättest du nicht erwartet. Das ist Gs. Du hast Freeza mit einem Schlag in zwei Teile geschnitten und schwerst dich über Gs Trunks. Weißt du, am Ende haben sogar Yamshu und so gegen Gs und Barta und so gewonnen. Also heu mal hier nicht rum, dass er irgendwie stark sein soll. So, Karo. Wieder aufladen. Kommen jetzt schon neue Feinde? Nein, ich muss weiter. Gut. Oh, Gottverdammt. Magieverbraucher Super Saiyan ist echt hoch. Ich brauch mehr Key-Leistung, Alter. Wo könnte denn hier was sein? So, wo geht's lang? Da geht's lang. So, wenn man durchgeht, nochmal aufladen. Kann ich mich nicht... Warum kann ich mich nicht aufladen? Jetzt kann ich mich aufladen. Ist vielleicht ein bisschen langweilig mit dem Ganzen gelade, aber ich liebe es, um Super Saiyan zu sein. Super Saiyan einfach mal too strong is! Außer dem Super Saiyan ist epic. Da und der will Super Saiyan. So. Sie müssten Riko und Barta auf die Fresse kriegen. Genau. Gut, dass ihr beide da gleich stehen bleibt. Oder auch nicht. Okay. Okay. Fuck. Kann Super Saiyan mehr. So. Diese Aufladen kann man übrigens auch nur machen, wenn man dafür einen Attackenslot freigibt. Also man kann sagen, man kämpft total offensiv und holt sich nur über das normale Schlagen-Key wieder. Aber das ist nicht mein Spielstil. Zinguan gerade echt gegen Rikun verloren. Das ist ein bisschen peinlich. Barta, der schnellste vom Gineo-Sonderkommando, der wird auch noch dran glauben. Schön, was ihr da vorhast. Uhu.